Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Spranger, leider treten wir ja jetzt nicht in die Beratung des Gesetzentwurfs ein, sondern in die Sommerpause. Und wir werden im August wiederkommen und uns mit Haushaltsberatungen beschäftigen. Und wenn wir gut sind, schaffen wir es, dass das Gesetz Ende des Jahres in Kraft treten kann. Dann ist es mehr als überfällig. Gestern vor elf Jahren ist das Zweckentfremdungsverbot vom Oberverwaltungsgericht Berlin gekippt worden. Das Gericht sah seinerzeit keine Wohnungsknappheit. Das dürfte sich geändert haben, und darüber dürfte auch kein Dissens bestehen. Der Schutz von Wohnraum gegen Umnutzung, Leerstand und Abriss ist längst überfällig. Aber er muss Teil eines umfassenden Konzepts zur sozialen Wohnraumversorgung sein. Das bleibt der Senat bis heute schuldig. Verbot der Zweckentfremdung auf der einen Seite, Forcierung von Wohnungsneubau auf der anderen Seite, das reicht bei Weitem nicht aus. Daran ändert auch das Bündnis mit den städtischen Gesellschaften nichts, das wir von Beginn an kritisch sehen, wie Sie wissen. Der Senat hat viel Zeit verschenkt, und er muss noch etliches nacharbeiten. Bereits im Frühjahr 2011 erging vom Abgeordnetenhaus genau von Rot-Rot und den Grünen der Auftrag, das Zweckentfremdungsverbot in Berlin wieder einzuführen. Die Linke hat das am Anfang der neuen Legislatur erneut beantragt, und die Koalition, daran möchte ich Sie erinnern, hat es abgelehnt. Es ist mehr als ärgerlich, dass mit dem Gesetzentwurf nicht zugleich die zugehörige Verordnung vorliegt. Wir brauchen diese Verordnung so schnell wie möglich, weil das Gesetz allein noch keine einzige Zweckentfremdung beendet oder verhindert. Im Gegenteil, bis zum Erlass dieser Verordnung wirkt es als Einladung, noch schnell andere Tatsachen zu schaffen. Aus Sicht der Linksfraktion ist es außerdem absolut kontraproduktiv und schadet dem gemeinsam getragenen Anliegen, dass der Senat den Bezirken dafür kein zusätzliches Personal bereitstellen will. Eine rechtliche Vorgabe, die aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden kann, nützt niemandem. Das sieht der Rat der Bürgermeister offenbar genauso. Er hat in seiner Stellungnahme vom 23. Mai 2013 seine konditionierte Zustimmung drastisch formuliert. Er, Zitat, stimmt der Vorlage unter der Voraussetzung zu, dass die organisatorischen Voraussetzungen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen geklärt werden. Die Vorstellung des Senats, dass eine solche Aufgabe ohne zusätzliches Personal erfüllbar ist, ist absurd. Zitat Ende. Aber genau an dieser Vorstellung hält der Senat offenbar fest, wenn er auf die nachfolgende Rechtsverordnung und ein Personalbedarfskonzept der Bezirke verweist und in der Begründung des uns vorliegenden Entwurfs zum Schluss kommt, dass, Zitat, die Umsetzung des Zweckentfremdungsverbots deshalb zunächst mit vorhandenem Personal erfolgt. Zitat Ende. Dann können Sie es auch gleich sein lassen. Streuen Sie der Öffentlichkeit keinen weiteren Sand in die Augen. Ob und wann die zugehörige Verordnung vorliegt, ob und wann die Bezirke handlungsfähig sein werden, ist offen. Durch die späte Vorlage jetzt vor der Sommerpause wird die parlamentarische Behandlung zur Herausforderung ein Inkrafttreten vor dem Winter kaum realistisch. Und wie gesagt, die Verordnung ist das Entscheidende. Und noch einmal, die notwendige Überwachung von Wohnungen und die Feststellung einer Zweckentfremdung durch die Bezirke ist aus finanziellen und personellen Gründen derzeit nicht realisierbar. Es besteht zudem das Risiko, dass Absichten zur Umwandlung, zum Beispiel in Ferienwohnungen, beschleunigt werden und der Druck auf betroffene Mieterinnen und Mieter steigt. Diese Befürchtung wird im Übrigen bestärkt durch die Formulierung in § 2 Absatz 2, wonach alle bis zum Inkrafttreten der Verordnung, wohlgemerkt der Verordnung und nicht des Gesetzes, vorgenommenen Änderungen keine Zweckentfremdung darstellen. Hier bitte ich wirklich noch einmal genau darauf zu schauen. Das alles ist wirklich nicht erfreulich und dafür tragen Senat und Koalition die Verantwortung. Es ändert aber nichts daran, dass wir endlich das Gesetz und die Rechtsverordnung brauchen, und zwar für die ganze Stadt. Es ist überdies notwendig, diesen Entwurf zu qualifizieren. Die Bestandsschutzregelungen, da schließe ich mich den Grünen an, sind doch sehr großzügig. Der Leerstandsbeginn ist nicht eindeutig formuliert. Die vorgesehene Genehmigungsfiktion, im schlimmsten Fall bereits nach vier Wochen, stellt für die personell ausgezehrten Bezirke ein großes Risiko dar. Gut, dass auf Initiative der Bezirke eine Kompensation durch die Schaffung von Ersatzwohnraum ausdrücklich nur im Ausnahmefall zulässig sein soll. Aber auch hierfür müssen inhaltliche Vorgaben her. Im Übrigen empfehle ich auch hier einen Blick nach Hamburg, wo das verschärfte Wohnraumschutzgesetz Ende Mai in Kraft getreten ist. Hier gibt es diverse gute Ideen, die wir in einer möglichst zügigen Gesetzesberatung aufgreifen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank auch.